hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von stardew valley und zwar mit betty ja in der letzten folge haben wir mal wieder das gleiche gemacht um es um den hof gekümmert hier betty hat ich hab letzte folge voll viel gemacht habe ziegen gekauft silo beantragt vor allem gebaut obwohl das robben macht hallo ich habe hier unter das ist meine folge muss muss reden guten morgen lieber florian ich hoffe es ist noch nicht zu früh ich wollte nur eben vorbeischauen und hier persönlich für all die wundervollen artefakte und minerale danken die du entdeckt hast du hast du hast alle alleine echt viel geleistet was du hast alleine echt viel geleistet um genau zu sein habe ich gerade einen brief der regionalen artefakt abteilung bekommen wir werden mit den begehrten goldenen schaufel preis fit für unsere bemerkenswerte beiträge in diesem gebiet er und das alles dank dir ich sollte dich wohl besser wieder an die arbeit lassen süß aber das stimmt du hast viel mehr dem museum gespendet aber fast vergessen ich habe ein geschenk für dich es ist der alte schlüssel denen ist im resort des museums mindestens 100 jahre lang eingeschlossen war erst ein wenig rostig aber immer noch sehr schön du hast den rostigen schlüssel erhalten er wurde deiner geldbörse hinzugefügt als müssen wir wieder herausfinden wofür er ist entscheidt geldbörse hier wahrscheinlich das schlüssel geldbörse ne gehst nicht ran wie geht es dir geht es dir gut das ist gut naja ich wollte nur sagen dass ich die geschäfte mit dir schätze und ich möchte dich daran erinnern dass piers gemischt warenladen die feinsten samen mit erzeugnisse führt ich hoffe dich sehr bald in meinem laden zu sehen bis bald danke für diese unnötige zeitverschwendung es ist der größte veranstaltung des jahres die leute vom ganzen land hier in unserem bescheidenen städtchen lobt neun gegenstände mit die man am besten deiner ja hallo betty in einer woche halten wir das stadion valley volksfest ab es ist die größte veranstaltung des jahres die leute vom ganzen land her die leute vom ganzen land her in unserem bescheidenen städtchen lobt du kannst deinen eigenen hof dort präsentieren wenn du willst bring einfach bis zu neuen gegenstände mit die am besten deine talente widerspiegeln du wirst für die qualität und vielfältigkeit deiner auslage bewertet oh mein gott wir brauchen sehr viele sehr gute lebensmittel aber gott so dank habe ich sehr viele sehr gute lebensmittel das fest beginnt um 9 uhr verpasst es nicht bürgermeister louis das ist jetzt oder das problem nie in der woche was so hat dann also aber die sagen ja die sagen ja frühzeitig nie wartet das nicht die sagen da ja frühzeitig bescheid damit du dran denkst deine gute lebensmittel aufzuheben die du erntest der baum ist schön gewachsen der bleibt daran welcher baum der bei mir da vorne ja dann lass doch den baum da ruhig bleiben das ist fein ich habe antischocken antischocken hieß das aber das ist antischocken mein gott weil ich letztens wieder in der kasse war und ich wusste gar nicht wie das heißt ich mir so das ist doch dieses eine teil auf dass es die doch aus also ist doch fast so wie boge blumenkohl artischocken artischocken und blumenkohl ist halt nicht mal annähernd das gleiche aber ich habe so gesagt das ist der gleiche preis ne ja ja ich habe halt auch noch 100 rote beete saaten ne ja ich habe auch noch 115 ich sollte mir halt echt so ein fettes feld anlegen also eigentlich habe ich mir jetzt geschworen halt nichts mehr weiter zu zu machen finde ich also ich habe halt ich habe halt keine lust auf auf zusatzarbeit weil ich felder gießen muss ja deswegen ja ich meine die wachsenen sechs tagen das ist tatsächlich also sechs haben ist gar nicht so lang was kann man denn eigentlich mit dem amaranth machen ich verstehe das jetzt nicht ganz weiß ich nicht keine ahnung es ist wahrscheinlich aber nur da noch es ist da weil meine obstbäume wachsen echt gut habe ich das gefühl ja meine hühner und so sind schlecht gelaunt weil die alle kein kein foto da kriegen weil wir nichts haben ja ich hole mal schnell was bei mani oder so also ich meine noch habe ich genug eier vorrätig damit ich trotzdem weiterhin was fertig machen kann muss jetzt nicht aber die sind halt alle schlecht glaubten habe ich nicht mehr liebe das macht mich traurig mani ist nicht da was ist das für eine herzkranke person ja mani war gestern auch schon nicht da heute geschlossen ja jetzt gibt mir doch mal die milch meiner kühle was ist mit dir ja aber ich krieg auch schon keine gute milch mehr tatsächlich das ist erst auf drei mal normaler käse das ist nicht der anspruch den ich habe schlechte milch ja es ist halt ich krieg hat nur noch kleine milch ohne sterne das ist schlechte milch und das kommt noch weg und dann laufen wir jetzt einmal durch die gegend weil wir zum rathaus müssen wir können die wollen nämlich weg bringen dann sind wir schon mal einen schritt weiter ich habe jetzt meine goldspitzhacke und wehe dieser fremdkörper geht jetzt nicht weg den rast ich aus ach ja ich muss ja meine ganzen dings noch aufwerten lassen dafür muss ich ja auch noch geld einplan stimmt stimmt nach stahl kommt gold und dann kommt erst dieses amaranth amyrand amethystenscheiß war das hier oben speise kam er guck mal wenn wir komplett käse presse ich habe damit nicht gerecht ich habe nicht gewusst ist also ich habe nicht daran gedacht dass das letzte ist guck mal da ist jetzt eine küche ah ja da geht wahrscheinlich immer gast hin wir haben schon vier sterne wie viel noch zwei fehlen noch einmal das aquarium stimmt den kräsor haben wir auch schon fertig ja das aquarium fehlt noch und das schwarze brett mon trüffel drei äpfel wein und eine hasenpfote wein habe ich doch auch noch liegen und halt ne sämtliche fische werden beim aquarium noch nichts gemacht wir müssen mehr angeln wir müssen eindeutig mehr angeln das heißt er wird auf erkundung immer die angel mit uns führen damit man dann zwischendrin doch mal kurz einmal einmal mittags einmal abends irgendwie mal ins wasser reinbrunzen kann ob da irgendwas gutes bei rum kommt so es ist dienstag abend sebastian ist nicht da steht er hier oben da wird er wahrscheinlich bei sam sein hast du eigentlich eine schere ich habe keine schere nein wieso nur so sebastian oh er ist zu hause guck mal das mag ich am liebsten weil wusstest du das ich weiß es halt für wen hält sich demetrius eigentlich dass er mir etwas vorschreiben möchte er ist nicht mal mein echter vater ich fühle dich oh das wusste ich gar nicht ich fühle dich sebastian wir beide wir haben das gleiche schicksal maru die bäume sehen heute wunderschön aus was mag maru maru magst du weintrauben oh das ist für mich ich werde es einfach dort drüben hinlegen okay maru mag keine weintrauben hier hoch magst du weintrauben danke dir das ist ein äußerst interessantes exemplar bitteschön habe ich gern gemacht wir wissen dank der wissenschaft eine menge über die natur das stimmt aber es gibt immer eine menge mehr zu lernen das stimmt kann ich nur mit maru reden ne kannst du nicht ne kannst du nicht kann ich hier rein wessen raum ist das robin eine reihe verschiedener zimmer zimmer reihe schreibung 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 ja ich kann auch nicht mehr lesen du bist nicht gut genug mit maru befreundet um ihr schlafzimmer zu betreten okay also bei maru komme ich nicht rein dann wird das wahrscheinlich robins raum sein und bei sebastian komme ich rein so kann ich jetzt bitte den stein da weg machen und rein ja ich kann ihn weg machen oh mein Gott was zum teufel was denn ich habe dafür sechs iridium erze erze bekommen denn sechs steine und zwei geode mal was also for real ich habe mit mehr gerechnet ich auch ich hätte gedacht du kriegst krasseren shit dadurch ich auch habe ich auch gedacht also ich finde ich finde for real ich finde sechs ein bisschen wenig ne so meine einzelne wenigstens das stein jetzt weg nein ich will den käse immer noch nicht essen oh nein so den packen wieder hoch die bäume wachsen einfach so langsam da das nervt mich so da ich habe jetzt mal verschiedenes reingemacht ja das weg ich habe noch so unfassbar viele herbstsaaten über ich kriege die also mit den feldern die ich jetzt habe ich kriege die dieses jahr nicht aufgebraucht schwöre ich dir drauf ne 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 ich habe noch 32 maissaaten ich habe den mais noch gar nicht gepflanzt den werde ich jetzt aber auch nicht mehr anpflanzen wir haben den zehnten das lohnt sich nicht die brauchen noch 14 tage zum wachsen und die gehen mir im herbst kaputt die behalte ich bis nächsten sommer ich habe noch artischocken 32 stück also eine feldgröße ich habe weintraubensetzlinge ich habe meine weintrauben immer noch nicht gepflanzt kann ich jetzt aber mal tun wie lange brauchen die zum wachsen 10 tage mehrmals geerntet werden wechseln einer franken dings ja dann setze ich davon noch welche die frage ist halt wo guck mal ich setze die hier runter lang kann ich nicht warum nicht weil keine felder fertig sind so ich habe so viel im kühlschrank aber kann nichts machen oh nein das nein nein die wollte ich nicht hinsetzen einfach entspannen hier fehlt noch eine ne ich habe trotzdem noch 8 stück ja dann behalte ich die für also es ist schon 1.20 Uhr ne ja ich habe meine gießkanne nicht kacke wenn die mir jetzt kaputt gehen über Nacht warum hast du die denn weg weil alle meine felder bewässert werden wenn ich nicht gießen brauche mhm meine seite ne was passiert da weiß ich nicht wie viel habe ich bekommen 4.200 5.000 knapp äh das Gewächshaus ist auf jeden Fall jetzt fertig schön Und es regnet, zum Glück. Okay, sie sind nicht tot. Kurz Schiss gehabt, wenn meine Blümchen direkt sterben. Schau mal. Richtig schön hier. Warte mal. Oh, wow. Und was können wir jetzt hier anpflanzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Man kann es teilen. Ja, dann 6 für jeden. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was kann ich jetzt hier anbauen? Äh, Kakteen. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Sind das Felder, die du wieder eigenständig gießen musst? Glaubst schon, ja. Nee, das ist scheiße. Ja, das gehört aber mit dazu, ne? Nee, das finde ich wirklich blöd. Dann können wir jetzt den Weg umversetzen. Ja. Weißt du, ganz ehrlich, weg damit. Ja. 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 Genau. Ich geh nochmal zum Marni und hol nochmal Zeugs hier. Mach das. Oh, das wird so drei Jahre dauern, das alles abzubauen und umzusetzen. Dafür geh doch den Koppel in den Rest der Folge drauf. Was hast du gesagt? 250 waren das, ne? Was? 250 für Heu war das Platz? 240. Okay, gut. Hallo, bau doch mal hier drumherum ab. Gleich geschafft. So. Dann nehmen wir hier nochmal drei ab. Weil die brauchen wir dann auch nicht mehr. 105 Platten und das sind noch nicht alle. Ach so. Ja, meine Energie ist gleich leer. So, Hammer. Und dann... 1, 2 freilassen. 1, 2, 3. Guck mal, dann hast du viel mehr Platz. Du bist gerade übelst konzentriert gerade. Ja, ich auch. Ich setze den Weg komplett neu. Dann müsste das eigentlich einigermaßen fairer geteilt sein. Ja. Also ich meine, ich habe zwar den Nachteil, dass ich halt noch das Dings hier habe, ne? den see theoretisch gesehen aber es ist okay ich habe trotzdem genug platz so perfekt ich bin komplett erschöpft fertig gebaut und ich kann nicht mehr rennen und ich habe nichts zum naschen leg dich schnell zurück ich habe noch sachen zu essen ich muss halt nur erst mal nach hause laufen zwei stunden lang aber der weg ist neu das ist der platz da das wichtigste ist erledigt jetzt das war das ziel des heutigen tages dass das doch fertig wächst damit wird es um verlegen kann ja genau so karpfen herring ja dann essen wir einen karpfen ich hab kann ich mit dem kieferfleisch im kiefersteak schon machen wahrscheinlich nicht mehr brauchst du zehn für wahrscheinlich ja halt mir gedacht so karpfen essen ja der gibt ja gar nichts karpfen so ein bisschen milch und eier und sowas alles oben mit reinlegen damit ich so am letzten sowas machen kann so dreimal enden also warte die normale mario nehme ich ja eh mit hoch die verkaufe ich die frage ist geben wir meine kühe jetzt noch milch warte mal der rostige oh mein gott ich weiß wofür rostige schlüssel ist für die mine für die genau ich könnte ein spiegelein machen und tortilla er geht mal her hast du gerade zeit oder ja habe ich lass mich kurz was essen um wieder ein bisschen mehr energie zu haben ja ich bin ich gehe mal ganz kurz zu den hühnern damit wir halt wieder ein bisschen futter haben und so ich habe irgendwo weiter und jetzt übrigens und laterne abgebaut ich weiß nicht wo du die jetzt haben willst weil die stadt nämlich im weg ja so war das gut so jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen futter was heißt futter naja also ja ich weiß dass ihr eingepiedelt seid was soll ich denn machen ich hab immer noch nicht wirklich energie kann ich irgendwas größeres zu essen machen kann ich nicht leg dich im bett ach ja ja willst du jetzt da unten noch hinlaufen ist 18 machen wir das nächste folgende sollte sofort es lädt er so langsam egal habe ich lieber keine energie das ist da jetzt hin laufen laufen wir unten bei manila wir haben müssen ich habe deinen tieren sogar noch ein bisschen futter was gegeben jetzt sehr schön das ist cool danke wir sind gleich auf ja das ist so cool wo müssen wir lagen hier lang war das echt straight up hier runter ja hier ist noch ganz viel holz ja habe ich doch gesagt so möchtest du die ehre haben es auszuprobieren ja du stehst die kanal luke mit dem rostigen schlüssel auf wir sind drin eine art kraftfeld blockiert den weg statu der unsicherheit die statu hilft dir deinen beruf zu ändern willst du dir willst du ihr zehntausend gold dafür bringen ich kann meinen beruf ändern für 10.000 gold was ist denn für ein beruf weiß ich nicht aber ich will es noch nicht ausprobieren ich bin mir noch nicht reich genug dafür ein menschlicher besucher das ist höchst ungewöhnlich ich bin krobus ein verkäufer seltener und exotischer waren ich finde ich die dinge und verkaufe sie willst du irgendwas kaufen schatten essenz solar essenz fünf buntbarsche her damit ich nehme alle fünf schatten ein zeichen des gefäßes was macht das eine dekoration für deinen ruf monster kamen möbel eine sternfallfrucht her damit du hast eine sternfallfrucht gefunden dein verstand ist voller gedanken und an hunde mal gucken was ich denke du hast eine sternfallfrucht gefunden es ist merkwürdig aber der geschmack erinnert dich an erdbeeren es ist immer das gleiche ne der griff belebt unbekannte kraft zepter der rückkehr warte mal du hast es gerade vorgelesen ich habe es nicht mitgeschnitten der goldene griff wird unbekannte gemacht hatte diese zepter zum himmel um auf wunsch nach hause zurückzukehren wie viel 2 millionen ja ich habe mein offizielles ziel für dieses spiel gefunden so was genau machen wir so eine sternfallfrucht nochmal ich mache jetzt einfach mal ach so welche berufe für welche fähigkeit willst du denn wechseln ähm oh 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 es ist geschehen jetzt geh schlafen ok ich habe jetzt hofarbeit gemacht ah das kannst du changen ja hi was geht ab ne 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 jetzt nicht du bist schon eine ganze weile hier nicht dein hof läuft gut ja tut er auch und jetzt hast du morgen einen anderen beruf oder wie ich weiß es nicht ich weiß nicht was ich gemacht habe also ich weiß ich habe ganz viel geld für buntbarsche ausgegeben und arsch das ist gar nicht mal so schlecht weil wir brauchen noch einen buntbarsch für äh für das aquariumding mhm gehen wir schlafen ja ich möchte erstmal meine sachen noch hier loswerden die ich hier irgendwo gefunden habe warte mal dann gucke ich das mal kurz nach ähm gotteslangs blaubarsch tigerforelle glasaugen forellenbarsch zwergwels buntbarsch sag ich ja bündel ozeanfische dann ist das bündel nämlich fertig ach na dann perfekt cool ins bett gehen ich liege und ich warte und ich warte und ich liege um mein fuß ist eingeschlafen das ist sehr eklig mhm wer hat eigentlich die Antwort gemacht so liebe leute das war's auf jeden fall äh das erklärt ich hoffe euch hat das gefallen ich hätte das gerne dann darf ich nur umdack hofarbeit stufe 5 wähle einen beruf viehzüchter damit du dich äh damit die tierische bürge mehr wert sind oder ackerbauer benutze pflanzen 10 prozent mehr wert so so oh hofarbeit stufe 10 äh wähle einen beruf ach du kannst jetzt alles neu changen in der hofarbeit anscheinend ich weiß es nicht kann sein Steinmeister Tiere im Hühnerstall bürgen dich schneller äh Brühzeit wird halbiert Hirte Tiere im Stall bürgen dich schneller Schafe produzieren mehr Wolle gut okay so genau das war's auf jeden fall jetzt mit dem mit der Folge ich hoffe euch hat das gefallen den letzten glaube ich noch unterkommend nicht vergessen und wir sehen uns auf jeden fall bei einer weiteren Folge mit Betty bis dann tschüss